so servus hier mal aus der reihe was man so alles komisches kaufen kann und wahrscheinlich nicht braucht naja es war als geschenk für meine frau gedacht denn abgesehen muschel bestellt in china mupfel und wenn man das ganze gute dinge aufmacht also ich habe es jetzt hier im messer gemacht messer ist wohl wahrscheinlich nicht so die beste wahl sondern kochen wäre schöner wenn sie sich dann öffnet und wenn das dann der frau oder sowas überreicht und dann findet man da drin perle fürs perle kettchen und Untertitelung des ZDF, 2020